Tschüßi! Oh du das Rekke, der geht... Oh! Oh jetzt, der geht gut. Oh ja. Alles okay? Ja. Die bin ich los. Hä? Ah hier. Oh shit. Gesundheit. Römer, moin. Oh, zum Glück nicht alles neu machen. Okay, der Savepoint ist geil. Alter. Äh esther, der guckはいoter. Oh dass geht, der guck. Danke. Danke. Der war gut. Ja, nimm mal die Patschehändchen runter, ist alles gut. Jetzt hoch und Feuer. Feuer frei. Nein, bitte! Der Swiss Depping Lee! Hallo nochmal. Oh-oh, 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 oh-oh. Oh-oh, 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 oh-oh... Spidey! Nein, 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 nein! Espíritu, می strains oben! Oh, oh! Los, los, los! Scheiße, Kreis habe ich auch! Okay. Jetzt zu dir! Ist das echt passiert? Ja. Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrisswärme gemeldet? Nee. Oh, kannst du mal nicht alles kaputt machen hier? Nee, dort nicht aufs Haus! Was ist mit dir? Ey, warum schießt du mit der... Oh, wieder! Oh, okay! Der Helikopter zerstört die Stadt! Ich weiß! Nee! Ich weiß! Könntest du das Superhelden-Ding beschleunigen? Ich arbeite dran, Juri! Ich melde mich! Hallo, Lea Beuten! Au, das hat weh! Au, aaah! Komm ich da noch ran? Ey, wie schnell ist denn... Das ist meine Chance! Oh, jetzt die Verdraht! Ja! Oh, jetzt die Verdraht! Ja! Oh, jetzt die Verdraht! Hoffentlich überlebe ich das! Ah, easy! Baboot! Hey, ist das die Maschine nach Nuwok? Äh, lol? Das ist euer Masterplan, Fisk zu ersetzen? Fisk ist nur der Anfang! Ein Motor ist aus! Jetzt der zweite! Nein! Oh Gott! Drück! Ich muss Sie bitten, den Helikopter zu landen, Sir! Halt die Taste! Ich weiß nicht! Ich brauch einen Plan! Und zwar schnell! Schätze, das ist der Plan! Hm! Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Controller ist kaputt! Controller ist kaputt! Controller ist kaputt! Controller ist kaputt! Ich hab's gedrückt! Hab ich! Ich brauch einen Plan! Und zwar schnell! Schätze, das ist der Plan! Komm schon, Pete! Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Bitte vermassel das nicht! Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Nein! Ja! Ich brauch auch einen Plan! Und zwar schnell! Schätze, das ist der Plan! Komm schon, Pete! Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Bitte vermassel das nicht! Das ist Mr. Ming Lee drin, pass auf! Das ist Mr. Ming Lee! Hey, Mr. Ming Lee. Oh. Das ist doch nicht Mr. Ming Lee. Hey, Fanboy! Mest, ich bin zu spät. Kommst du? Nein, ich muss zum Rathaus, zu der Zeremonie. Oh, stimmt. Sag deinem Dad meinen Glückwunsch. Was geht, Bro? Bruder? Ja. MJ, hat die Zeremonie schon angefangen? Sie sind noch bei den Vorbereitungen. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bin gleich da. Ich wusste ja gar nicht, dass Spider-Man so ein krasser Influencer ist. Der spricht ja überall. Ich muss ja Autogramme geben. Oh, oh. Oh, das tut mir. Aua. Nee, falsche Richtung. Hier gibt es ein Wahrzeichen in der Nähe. Freunde, ich habe neue Infos zu Adrian Toomes, alias Vulture. Der geflügelte Kriminelle scheint unter Krebs zu leiden und wurde in die Krankenstation des Raft verlegt, was die Öffentlichkeit ein Vermögen kosten wird. Ich frage sie, warum gibt es eine Krankenstation im Raft? Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis voller Irrer. Lasst der Natur ihre laufwendig krank werden. Das ist brutal. Aber die Steuern sind das auch. Das ist halt schön der Tricks, ja, was? Das ist halt schön der Tricks, ja, was ist halt schön der Tricks. Liste Hate gegen Steuern. Hallo, muchachos! Hey! Komm, wo ist da! Line Rack, sagst du, übrigens für zehn Monate. Drei Minus. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld. Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Also? Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei, vorbei? Ich, ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet. Von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Hm. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken. Und das herausfinden. Ja. Ja, danke, Jim. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuche es. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber wie wäre es denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort, zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis, die Ehrenmedaille der Behörde. Ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie. Meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden Ihre Firma, Ihre Stadt und alles, was Ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln. Aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will Sie leiden sehen. Ich will Sie leiden sehen. Ja. Ja. Ich will Sie, wir sind weg. Ja. 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 Miles! Miles, bist du okay? Nein! Miles! Miles! Peter! Komm schon! Peter! Miles! 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 Oh Gott sei Dank! Kannst du mich hören, Schatz? Bleib hier! Peter! Ich suche deinen Vater! Peter! Peter, wach auf! Komm schon, sag etwas, bitte! Es ist halt wie ein Marvel-Film, den wir spielen können. Aber nicht so ein Zeug wie, sie dürfen hier eine Entscheidung treffen und da, sondern es ist halt wirklich ein Marvel-Film. Oh! Ach, mit ein bisschen Sammelkram für... Das ist verrückt! Das ist halt einfach nicht so. Ein bisschen Herr kommt. Hm? Es ist gerade eine Erklärung. Wir wissen, was ihr Hörst? Wir haben uns auch nicht gehalten. Wir haben uns bei Susan McAfee vorgelegt. Es ist ein Angelegenheit. Wir haben uns bei der Umgelegenheit. Wir haben uns mit dem Aufmerksamkeit. Wir haben uns die Aufmerksamkeit. Wir haben uns das vorgelegt. Wir haben uns die Aufmerksamkeit. Mom! Mom! Quiet! Ah! 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 Ich kann nicht atmen. Ah! 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 hebel hebel an den scheiß die Ohre Peter, jetzt wach doch auf! Wir können den armen Jungen da nicht reinlaufen lassen, Mann! Was ist so ein Teufel? Wo wollt ihr denn bitte hin? Sankai, wie du wohnst? Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Hier ist es ein Problem. Hier ist es ein Problem. Hier ist es ein Problem. Wir schauen, dass es dort ein Leben ist. Ich muss um die Typen rumgehen. Okay. Zum Glück seid ihr Blindfische. So richtig schöne Blindfische. Ihr seht nix. Ihr seid zu kack, zu blöd. Der Stand genau hier. Ich muss ihm helfen. Falscher Alarm. Du hast mich nicht gesehen. Nur meine ganze Ballone hat oben drüber geguckt. Aber du bist blind. Und das ist auch okay. Denn sonst wäre ich jetzt aufgeflogen. Und du bist auch blind. Oh, Scheiße. Mighty. Wir müssen weg. Jetzt. Oh, Bingley. Nein, Bingley ist ein Arschloch. Dad. Nein, Bingley ist ein Arschloch. Dad. 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 Wach auf, Dad. Wach auf. Wach auf. Ich bin ein Arsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Mein herzliches Beileid Kennen wir uns? Ich bin Peter Parker, ich war beim Rathaus als... Ähm, ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich wollte dir nur sagen... Ich weiß, was du durchmachst Ich, ich... Das wolltest du doch sagen, oder? Oder... Die Zeit teilt alle Wunden Oder keine Sorge Das, das gehört zu Gottes Plan Tut mir leid, ich wollte nur... Versuchen zu helfen Ich weiß Warum sind hier keine Fs im Chat? Chat, was ist los mit euch? Viel Spatman und Fs, please Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll Pay so respect Dämonendämmerung Es tut mir leid, Chef Ich bin im Stress Was gibt's? Hast du schon nach Martin Lee gesucht? Nein, wie gesagt, ich kann aufgrund einer Vermutung von Spider-Man keine Fahndung rausgeben Ich sage dir, er ist unser Mann Bring mir handfeste Beweise, dann sehen wir weiter Handfeste Beweise In Ordnung Hey, ich bin's Hey Ich hab's vermasselt Der Junge hat seinen Vater verloren Ich kenn dich zu gut, um dir zu raten, du sollst mal eine Pause machen Was ist mit der Polizei? Hat sie eine Spur zu Lee? Sie suchen ihn nicht mal Selbst Juri glaubt mir nicht Dann müssen wir ihn finden Ich hab nachgeforscht Geh zu dieser Adresse Martin Lee hat letztes Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Recyclinghof erworben Du glaubst, er versteckt sich da? Vielleicht Wir wissen, dass er nicht beim Feast ist Wenn er nicht am Recyclinghof ist, findest du dort vielleicht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort Klar Gute Arbeit, MJ Ich sag Bescheid, was ich herausfinde Oh, und eins noch Ich habe mit einem Detective über die Verhöre der Dämonen gesprochen Sie behaupten, Martin Lee habe die Macht, Zitat, Leute zu verderben Verderben? Was soll das heißen? Es soll eine Art Gedankenkontrolle sein, die deine negative Seite weckt Man tut dann Dinge, die man sonst nie tun würde Hm Hört sich weit hergeholt an Sagt der Typ, der Wände hochlaufen kann Oh Gott, die böse Seite? Lee hat Stay auch unter Kontrolle? Bro Scheiße Heute ist ein Tag der Besinnung Oh Hallo? Hört sich rein? Hört sich rein! Oh Gott, wo soll das? Also später im Knast habt ihr beim Ausbrechen wahrscheinlich so viel Erfolg wie beim Einbrechen. Das können wir jetzt bitte nicht.